Immer mehr Hochzeit auf den ersten Blickpaare trennen sich. Im Rahmen der TV-Show matchen die Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn, Bewerber anhand mehrerer wissenschaftlicher Kriterien. Diese Auserwählten gehen dann bereits bei ihrem ersten Aufeinandertreffen eine rechtsgültige Ehe ein. Beim Großteil der Teilnehmer läuft dieses Liebesexperiment auf lange Dauer aber nicht so rund. Denn inzwischen gehen fast alle Eheleute getrennte Wege. Promiflash blickt für euch auf die Trennungen der Hochzeit auf den ersten Blickpaare zurück. Erstens, Samantha und Serkan. Die Steuerfachangestellte und der Einzelhandelskaufmann lernen sich 2019 im Rahmen des TV-Experiments kennen. Sie bekommen nach der Show sogar den gemeinsamen Sohn Kilian Koray. Allerdings hält ihre Liebe nicht für die Ewigkeit. Im Juli 2022 gibt Sam die Trennung bekannt. Ja, wir zwei haben ein bisschen Abstand gebraucht. Ja, wir sind alleine im Urlaub. Und ja, die Zukunft wird für uns alleine weitergehen. Und damit bleiben Sam und Serkan nicht alleine. Zweitens, Cindy und Alex. Auch die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Rheinländer geben sich 2019 bei Hochzeit auf den ersten Blick das Ja-Wort. Nach rund drei Jahren ist bei den beiden aber alles aus und vorbei. Im Mai schreibt die Blondine im Netz, Manchmal möchte man so sehr und kämpft mit aller Energie, dass man sich selbst aus den Augen verliert. Und so musste ich mir eines Tages eingestehen, dass ich leider nicht angekommen bin. Nun heißt es für uns beide, Neustart auf eigenen Wegen. Drittens, Lisa und Mario. Die Baden-Württembergerin und der Landshuter begegnen sich 2021 am Set der TV-Show. Tatsächlich verstehen sich Lisa und Mario gut. Eine gemeinsame Zukunft als Paar können sich die beiden aber nicht vorstellen. Im Januar 2022 geben sie ihr Eheaus bekannt. Aber für mehr als eine Freundschaft hat es leider nicht gereicht. Weil den letzten Funken, der eben so die Liebe hervorbringt, der hat leider trotz alledem gefehlt. Und dieser Funke springt auch bei weiteren Teilnehmern nicht über. Viertens, Selina und Michael. 2021 lernen sich die beiden bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen und schweben sofort auf einer Wellenlänge. Allerdings zerbricht die Beziehung der beiden einige Monate später. Michael veröffentlicht im Dezember 2021 das Trennungsstatement. Wir haben lange gekämpft und alles versucht. Leider mussten wir feststellen, dass es für eine Beziehung bzw. Ehe nicht reicht. Auch wenn ich es mir natürlich anders erhofft hätte. Aber auch wenn viele Ehen scheitern. Vereinzelt glückt das Experiment dann doch. Annika und Manuel sowie Simone und Markus sind beispielsweise immer noch glücklich miteinander. Und ob aus Wissenschaft tatsächlich Liebe werden kann, muss letztendlich wohl jedes Paar für sich selbst herausfinden. finden.